ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode minecraft story mode ich habe jetzt eigentlich noch nicht mit gerechnet aber die zweite episode minecraft story mode ist tatsächlich schon draußen bevor ich irgendwie fertig die erste episode hochladen konnte hat mich ein verwundert weil ich eigentlich dachte das dauert länger aber ja hat es doch nicht wer hätte das gedacht auf jeden fall habe ich mir so überlegt ohne jetzt lange rumzulabern fangen wir direkt mal an ich wollte nur kurz sagen schön dass es euch so gut gefällt also manche ein paar leute haben drunter geschrieben dass es ihnen gut gefällt ein paar haben gesagt ja mein kraft story mode ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber das ist für mich auch und ich meine es ist ja nicht minecraft wo auf jeden fall sind wir jetzt bei der zweiten episode und wir haben ja gesagt wir wollen alle gart retten weil ich bin ja also einer der gerne mit redstone spielt ich zerstör zwar auch gerne sachen aber ich habe mir so gedacht elga hat ist zwar ein bisschen cooler dann lassen wir den anderen jetzt zwar dann lassen wir die anderen beiden jetzt zwar alleine aber macht ja nichts müssen sie halt mal klar kommen previously on minecraft story mode heroes can come from unlikely beginnings and broken friendships can lead to dark when the world is in danger fate calls on the ordinary to do extra ordinate and go on journeys they only dreamed of our heroes thrown together by fate must now seek help from a legendary inventor but the question remains will it be an das ist wohl die frage ne ich denke aber mal wir müssen eh beide suchen also ist jetzt scheißegal ob wir zuerst die suchen oder den anderen da oder was wir machen und wir sind scheinbar wieder in der hölle interessant das ist so cool ja ich finde das auch cool ja ich finde das auch cool automatilive train tracks running all through the nether connecting all the different order members ja 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 ziemlich beeindruckend ich frage mich nur woher die wissen wo die lang müssen ich meine die waren da ja noch nie oder so ich hoffe du bist richtig wir haben sicherlich eine bessere Chance mit Eligards Hilfe ähh Jesse oh nein oh ja das hätte man jetzt überhaupt nicht sehen können kommen wie sie es tun oder so oh nein oh nein die wollte ich sogar nicht nehmen ich will weiter okay ich wollte eigentlich mein schwert haben kriege ich mein schwert okay dann angeln sie halt so geht es natürlich auch das macht sogar mehr sinn so von wegen ranziehen und so weil aber ich hätte jetzt eher so die die dinge da die feuerbälle hätte ich erst zurückgeschossen so weil das kann man ja machen zumindest mit mein kraft war für die vielleicht ein bisschen zu unrealistisch okay okay we're about to meet the greatest redstone builders in the world wow who would have thought that someday i really get to visit redstone elagard's capital city of engineering incredible do you think elagard will be willing you know to help us die lässt das schon zu dass ihre stadt also die ihre heimat zerstört wird oder so oder dass andere städte zerstört werden kein problem und dass das andere da drauf geht cool jetzt kommt hier wieder so werbung ja macht noch mehr werbung wahrscheinlich ich dafür geld nein also lasst es krasser scheiß in zusammenarbeit mit den namen dürfte nicht liegen das ist ein bisschen komisch dass ich da die schriften so ein bisschen überdecken das ist ein bisschen komisch dass ich da die schriften so ein bisschen überdecken zum beispiel okay alva hat den schon und weg ist sie nicht so cool hmm boops excuse me mr calvin was it we need to speak to elligar it's urgent oh i'm afraid that's quite impossible did you hear the speech she's on lockdown until she completes her next great invention but lucky for you i'm here how can i help Ähm, ja, fragen wir mal so ein bisschen ironisch und so. Ähm. Oh. Oh, my. If you'd like, I can send that to Eligard. Maybe that would help your mission. Might not be a bad idea. Ähm... Nee. Auf einmal gibt der dir das und dann ist es weg und wir sehen es nie wieder oder so. Ich glaube wir brauchen einen anderen Repeater. Genau. Und was wird jetzt mit den Kuhn gemacht? Äh, mit den Kuhn gemacht, genau. Kann ich da rein? Nein. Ich möchte da mal... Katapult... ansehen. Hehehe. Hehehe. Oh, glaub ich mir, er will es lieben! Es hat eine sehr einfache Lever hier. Also fühle dich frei, eine Kuh zu schlafen oder... vielleicht möchtest du es auf deinem Piggi da erst? Hehehe. Oh, glaub ich mir, er will es lieben! Ich habe nie einen Account, nicht zu lieben. Natürlich nicht! Piggi, du hast hier wirklich ausgelöst. Wir verwenden das mal nicht. Noch nicht. Vielleicht machen wir das irgendwann anders mal. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Nee. Truhe. Was ist denn in der Truhe drin? Komm, gehen wir doch einfach mal hin und öffnen die... Hopp! Ich möchte das haben. Hallo! Oh Mann! Stein! Jackpot! Das ist ein schönes Stein. Still warm. Hm? Hat natürlich niemand gemerkt. Alter Mann! Hallo! Du hast... Ach, du hast... Du hast hier zu sprechen. Oh, ich habe gerade gesagt, Hii. Sehr besser. Was habe ich damit gemacht? Wenn du mein TNT Genesis YouTube hast? Kann ich uns sagen, was tun? Äh... Jetzt sprechen Sie!